Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Star Wars die Skywalker Saga und ich würde sagen wir starten im kürzesten nächste Level natürlich müssen wir es dorthin laufen aber oder wie gesagt hinspringen naja wie dem auch sei wie sehr Cut anzeigen das ist sehr gut wir können nicht ranzoomen das gefällt mir naja was willst du machen Japp japp was gehört und let's go starten das nächste Level Verteidigung des Schuh Geheimeingang was? Gute Idee? Da stehen nur ein paar Wachen mit denen werden wir schon fertig Rühr dich hier nicht weg wir kriegen das schon hin Oh je sie werden gefangen genommen ihr dreckigen Rebellen Warte komm zurück ach du meine Güte Genau was die sagen wir haben kein Wort verstanden aber immerhin let's go Das Okay Okay Schmitter Blaster Halte BGT Okay Weg das Schuhi Werkzeuge der Schrottsammler können mithilfe von B abgelegt werden Halte B gedrückt um das Werkzeugmenü so ein neues Werkzeug anzulegen wann immer du möchtest Okay das hört sich doch sehr gut an Jawoll Schieß die weg Schieß die weg Das ist nur ein Schuss Okay Nehmen wir Schubi Schubi Der hat nicht Daggerwaffe Wir haben wieder eine Mission abgeschlossen Grosse Dorn Hm Na ja Hallo Ja Oder so Wir können nichts bauen Doch jetzt Machen wir hier Doch Hilfe Warte Ah… kann ich nicht Morgen muss ich nach der Folge machen Jawoll Auf sieh mit Gebrüll Weg mit dir Du scheiß Sturmtruber So, zack, fertig Allo, ist noch einer? Ja Voll Weg mit dir, E.T.S.T. Komm her Voll Schnell Mit dir, mit dir Jawoll Müssen sowieso hier lang Ne, wir müssen hier lang, oder? Ich hab keine Ahnung Und jetzt Netzwerfer Ja Okay Ist das ne sauer Hä, das war ein richtiger Bug Habt ihr gesehen? Richtig Buggy Ist dort irgendetwas? Ich glaub nicht, ne? Da kommen wir sowieso nicht hin Oder? Ne Schade Vielleicht kommen wir dort Eventuell kommen wir dort hin Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ja Ohi Hier Äh Schui Das muss da reingemacht werden. Ne. Scream. Ich glaube, eine Schlange. Da bin ich besser ran. Jawohl, das bringt ja eigentlich gar nichts, ne? Ja, solange man kein Multiplikat wird, dann bringt das eigentlich gar nichts. Netz. Netz. Perfekt. Ui, darf mir auch ein... Ähm... Ja. Oh, wir dürfen jetzt aufstiegen. Gleiter. Okay. Ja, wir haben ein fucking Gleiter. Jawohl. Und ruft er. Rostar. Richtig. Sehr gut gemacht, Shui. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ähm. Oder auch nicht. Woll. Woll. Woll ziehst du? Hallo. Was ist für ein Bug? Ich glaube, ich hab's gleich. Ich hab's. Oder auch nicht. Ich liebe dich. Hm. Ich weiß. Stehen bleiben. Keine Bewegung. It's party time. Shui, komm hier runter. Nein, warte. Ich hab ne Idee. Das ist der Rebell, der sich uns ergeben hat. Gute Arbeit, Commander. Hm? Geht nun. Der Imperator hat dich bereits erwartet. Hm? 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 Okay, das war's schon. Schade. Ich hätte jetzt mehr Watt vom Level. Hm. Okay, okay. Naja. Ist ja egal. Wie könntest du sowieso mehrfach spielen? So ist das ja nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Herausforderung abgeschlossen. Und wir haben einen Minikit in Main gesammelt. Ja, alle guten Dinge sind fünf. Und dann haben wir Wicked als Charakter freigeschaltet. Und mehr auch nicht. Und... Ich fühle dein Konflikt. Befreie dich vom Hassvater. Für mich ist es jetzt zu spät, mein Sohn. Der Imperator wird dir die dunkle Seite der Macht zeigen. Er ist jetzt dein Herr und Meister. Okay. Seid gegrüßt, Lord Vader. Tritt beiseite. Ich wünsche, mit dem Imperator zu sprechen. Entschuldigung, Sir. Der Imperator sagt er ausdrücklich, nur die Skywalkers in den Thronsaal zu lassen. Ich habe noch nie von Ihnen gehört. Aber Sie müssen hier irgendwo sein. Weg mit dir. Hm. Dann machen wir das eben so. Wenn wir schon nicht reinkommen. Okay. So. Sesam, öffne dich. Weg mit dir. Du nichts nutz. Ich hatte vergessen, dass wir die Sicherheit hier unten erhöht haben. Schon wieder so eine Tafel. Wo ist der andere Truppler hin? Panik bei den Flussen. So. Danke. Sehr gut. Ey. Hä? Achso. Das haben wir wieder einfach. Tja. Easy. So. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir Cut. Und ich hoffe wir sehen uns. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder von Lego Star Wars. Die Skywalker Saga. Wenn es dir natürlich die gefallen hat. Dann lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt gerne was in den Kommentaren. Und abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Let's Play Videos zu verpassen. Mehr zu verpassen. So wie halt auch von Lego Star Wars. Keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ja. Euer Basti ist raus. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für alles. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe wir sehen uns dann bei dem nächsten Video wieder. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und euer Basti ist jetzt raus. Und ja. Bis zum nächsten Video hier vom Kanal. Von oder zu Lego Star Wars. Das Erwachen. Der macht es nicht. Lego Skywalker Saga. Bis dahin. War gut. Jetzt bin ich aber raus. Und tschau tschau.